Hallo und herzlich willkommen zum letzten Gefecht in der Horus Heresie und mit euch oder mit mir hier im Raum natürlich ist mal wieder der Imperius Heresie-Tisch. Freund? Ja, die paar Buchstaben. Christus bitte. Servus. Hi. Moin. Der Imperius Heresie-Tisch. Ja, wir haben heute uns überlegt, dass wir einfach mal alle Geschütze auffahren für die letzte Schlacht. Wir werden heute quasi ein Apocalypse-Spiel spielen bei Horus Heresie. Und bevor wir das tun und bevor wir euch erklären, was wir machen, wollen wir euch natürlich nochmal die Sponsoren zeigen. Nicht wahr? Oh ja. Na, fang doch mal an. PK Pro. Die haben uns nicht was in den Regen geschmissen. Hat der denn Schönes gemacht? Der hat sowohl Modelle geschmissen als auch Base-Gestaltung, alles so drumherum am Material. Vielen Dank dafür. Genau. Die Imperial Fists kommen vom Fantasy Inn. Oder ein Großteil der Imperial Fists. Und Teile der Sansephoros? Ach ja, stimmt. Und Teile. Einige Fahrzeuge und so weiter, ja. Danke dafür. Genau. Ich wollte gerade sagen, die Gebäude, die massiven Resiliengebäude, wo Jan sich fast einen Bruch geholt hätte, als wir die hierher geschleppt haben, die kommen von GameMath genauso wie der Untergrund des Ganzen. Und umso schöner sagen zu können, dass wir diese ganzen Sponsoren an Bord haben und einfach solche Spiele möglich machen. Danke dafür. Absolut, ja. Die Mathe ja auch. Ist auch von GameMath. Achso, ja. Achso, ja. Also diese ganzen einzelnen Gebäudesegmente. Genau, ja. Alles verlinkt. Wer gucken will? Ne, einer fehlt noch. Nämlich das Spielbrett in Hildesheim. Die haben nämlich die Suns of Horus gestellt. Stimmt, da war was. Genau. Und jetzt bin ich mir überlegen, ob wir jemanden vergessen, aber ich glaube nicht. Ne. Genau. Okay. Heute geht es richtig zur Sache. Heute geht es richtig zur Sache. Erklär doch mal, wie unsere Mission aussieht. Also, unser Hintergedanke war, wie können wir das Ganze schön gestalten, um dieser Serie der Horus-Helosie-Begleitung durch uns ein entsprechendes würdiges Finale zu geben. Und genau so machen wir das narrativ, wie es in den Romanen auch gekommen ist, ohne viel zu spoilern. Ja, Terra ist gefallen, so überwiegend. Und die Abtrünningen sind ja einmarschiert, kann man das sagen? Ja, schon. So, die sind einmarschiert. Und das ist jetzt hier, soll so eine der letzten Bastionen darstellen. Die Imperial Fists wurden zurückgedrängt, halten jetzt noch diesen einen neuralgischen Punkt, der immens wichtig ist, aus taktischen Gründen, aus Gründen so. Und die Sons of Horus kommen jetzt mit einer Übermacht. Weil es tatsächlich flufftechnisch einfach so gut passt, haben wir das auch punktetechnisch jetzt angeglichen. Das heißt, ich bin mit fast auf dem Punkt 3000 Punkten am Start und verteidige mich hier im Innenbereich. Ich glaube, da können wir die Kamera wechseln, können wir es auch mal zeigen. Da können wir die Kamera wechseln, ja. Ich sitze hier noch an den letzten Punkten. Im letzten Spiel haben die Sons of Horus ja richtig Gas gegeben und alles weggeputzt, was da irgendwie im Bereich war. Genau. Und jetzt versuche ich, diesen Punkt zu halten. Denn es gibt hier zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, die Sons of Horus putzen mich weg. Dann war es das für die Loyalisten. Möglichkeit 2 ist, ich halte durch. Und das ist meine Hoffnung, dass dann die Verstärkung der Ultramarines und der Dark Angels kommt. Und mir hier den Kopf aus der Schlinge ziehen. Das wäre so mein Ding der Dinge. Und Möglichkeit 3 hast du vergessen. Du kannst der Schlange den Kopf abtrennen, indem du Horus tötest. Und da gucken wir doch gleich mal hin. Denn von der Geist der Rachsucht persönlich ist Horus aufs Schlachtfeld gekommen. Denn Abaddon ist verletzt. Und deswegen will er das Ganze jetzt selbst in die Hand nehmen und dem Ganzen hier ein Ende bereiten. Auf dem Weg zum Imperator, um diesen zu töten. Den Falschen, den Richtigen. Vielleicht auch immer der Falsche, der Richtige ist. So oder so ähnlich soll es ablaufen. Das heißt, heute gibt es richtig was auch für Mütze. Wir haben alles ausgerüstet, was irgendwie möglich war. Hier sind auch noch ein paar Ritter im Spiel. Ordentlich Fahrzeuge. Also wir versuchen hier alles aufzufahren. Und bei der Vielzahl der ganzen Einheiten, der ganzen Regeln. Wichtig für uns ist einfach richtig Spaß haben. Und wenn wir mal nicht so ernst die Regeln auslegen oder mal ein kleines Fehlerchen machen, seht es uns nach. Es ist einfach echt eine Menge. Das hat man beim Listenbau schon gemerkt. Mann und Mann. Ja, vor allem. Wir haben ja letztes Mal auch noch Kommentare von euch gekriegt. Die waren super lieb. Wo ihr gesagt habt, halt stopp. Ihr habt das und das irgendwie falsch gemacht. Ist zur Kenntnis genommen. Wir versuchen dieses Mal dran zu denken. Und ja, wir schauen mal, ob wir es hinkriegen. Ich habe eine Vermutung. Aber uns geht es halt vor allem darum, es muss krachen in der Mitte. Es muss richtig ballern. Und da werden wir sehen, dass wir das hinkriegen. Es soll geile Duelle geben. Es soll geile Shootouts geben und so weiter und so fort. Es soll richtig typischen Horos-Seriesi-Schlachtmomente geben. Und dann schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Und genau. Genau. Wir sind mal gespannt, ob es tatsächlich reicht. Also, als Grundvoraussetzung. In Runde. Also, wir haben jetzt einmal abgesprochen. Das ist das Schöne am Narrativ. Man kann einfach alles absprechen. Und nicht so von wegen jeder ausgeglichen und sonst was. Auch hier nochmal das Territory Basement mit dem Hinweis. Ausgeglichen. Das ist ja Käse. Ich darf den ersten Zug haben. Das heißt, ich darf anfangen zu schießen. Vielleicht schaffe ich ein bisschen was rauszunehmen. Aber es gibt so ein, zwei, drei Showdowns, auf die ich gespannt bin. Und wenn ich es schaffe, Runde 3 zu überleben. Vier. Vier zu überleben. Na gut. Ich habe versucht, vorhin Runde 3 rauszubetteln. Wir können auch Runde 3 versuchen. Ja, komm. Wir machen Runde 3. Das macht es spannender. Okay. Wenn ich überlebe. Ja. Ich glaube, die einzelnen Truppen vorzustellen, das würde zu lange dauern. Das seht ihr ja auf dem Feld, oder? Ja. Wir gehen jetzt fließend über. Ja. Wir erklären das, wenn wir die Einheiten aktivieren oder schießen. Dann sagen wir kurz, was die haben und gut. Genau. Das heißt, wir würden jetzt in die Bewegungsphase übergehen. Das ist wieder der Teil, der ultra langweilig ist. Und deswegen... Schon am Ende raus, sagst du? Genau. Okay. Dann sehen wir uns gleich nach der Bewegungsphase der Imperial Fists wieder. So. Die Bewegungsphase ist abgeschlossen. Der Fists, ihr seht, eigentlich ist nicht großartig viel passiert. Die Templar hatte ich vorhin nicht gesagt. Natürlich nicht gesagt. Die waren im Rhino. Die sind quasi ausgestiegen, haben sich hier durchbewegt und haben es dann bis hier vorne hingeschafft. Der Dreadnought ist hier... Ach, guck mal, so ein Zeigestab, gar nicht so schlecht. Der Dreadnought hat sich hier rausbewegt und die Terminatoren sind heißer drauf, alles zu zermetzeln. Frühstückchen. Zu zerhacken, was irgendwie in die Nähe kommt. Die sind auch separat ausgerüstet. Also die haben nicht den Beuter, so wie es hier ist. Das ist auch Spiel des Proxens, kann man sagen. Wir proxen hier, was das Zeug hält. Die haben jetzt alle ein Sturmschild. Heißt, ich überlege halt, ob es das Sturmschild ist oder das andere, was Alex ist. Egal. Die haben also alle noch ein Schild dabei, deswegen keine Fernkampfwaffe. Und natürlich alle Solarid-Fäuste. Was soll der Geiz, ne? Okay. Wir fangen an mit der Beschussphase. Übrigens auch der Rest. Warum soll ich die rausziehen, ne? Das ist ein Fahrzeug und so. Ja. Ich würde mit diesem Dreadnought anfangen. Und zwar mit der Laserkanone, die ja nun eigentlich nur ein Ziel hat. Alles andere wird irgendwie verdeckt. Und das wäre der Leviathan da hinten. Ja. Das heißt, ich würde einmal... Die hat 48 Zoll. Ich denke, die Frage stellt sich nicht. Dann sollten wir einmal... Guten Morgen. Ich habe ein Kabel fallen lassen. Alles gut. Genau. Dann sollten wir einmal die Kamera wechseln. Also erstmal, ne? Da ist der Leviathan Dreadnought. Und der Schuss kommt von hier einmal hier durch die Wallach rein. Ich habe gerade irgendwas umgeworfen. Dreck. Du bist ein gutes Kamerakind. Ich bin ein gutes Kamerakind. Was habe ich denn da umgeworfen? Na, das von ganz oben. Das, was da jetzt so runter... Ah, ja. ...trümmerteile runtergeschossen. Okay. He came in like a wrecking ball. Ja. Wir würfeln mal hier. Genau. Wir haben hier ein Geländeteil auch weggenommen, falls ihr euch gewundert habt. Weil wir einfach auch irgendwo würfeln müssen. Und die Plot ist so voll. Die Plot ist sowas von voll. Und genau. Jetzt versuchen wir das Ganze mal so ein bisschen hinzudrehen. Also, ich schieße erstmal mit der Laserkanone Weaponskill 5. Ja. Trifft auf die 2 und 2 Schuss. Genau. Trifft. Treffen beide. Verwundet mit Stärke. Ah, Stärke 9. Auf die 3. Auf die 3. Ja, klar. Gut. Das kann man gar nicht tatsächlich... Da ist gerade irgendwas anderes im Fokus. Ich weiß nicht was. Aber nicht die... Nicht die Dice. Jetzt. Ja, schade. Eine 1 und eine 2. Das war also Müll. Ich habe natürlich den Havoc Launcher. Ja. Auch aufsteigengleichen. Das ist einmal das hier. Glaub ich. Guck mal drauf. Ich meine, aber der hat ein kleines Blast Template. Heavy 1 Blast 3. Genau. Da muss ich doch erstmal gucken, ob der abweicht. Genau. Mit 2 W6 und dem Scatter da. Ja. Gucken wir mal. Der geht minus Initiative. Was hast du für eine Initiative? 4 glaube ich. 4. Genau. Also sind das 4 Zoll nach da. Das könnte noch reichen. Ne. Der trifft gar nichts. Ja. Okay. Dann ist das Ding verschossen. Schade leider. Mhm. Der hat sonst nichts mehr. Das war ja einfach mal blöd. Dann als nächstes auf meiner Liste habe ich die Templer Brüder. Die sind alle ausgestattet mit einer Plasmapistole. Genau. Ach siehst du, die habe ich hier nicht ausgerüstet. Plasmapistole. Die hat Stärke 7, AP 4 und wenn du eine 6 in den Wundwurf wirfst, dann... Wie viel Schuss haben die? Eine pro. Eine pro. 2, 3, 4, 5. Okay. Nur im Waffenprofil nicht drin. Das ist scheiße. Das heißt, ich schieße mit allen Waffeneimer in den Trupp Marines rein. Mhm. Okay. Die treffen alle auf... 3. Mhm. Natürlich. 2, 3, 2. Mhm. Und dann überwunden sie wahrscheinlich auch auf 3. Nee, auf 4. Ach doch, auf 3. Ja, genau. Das heißt, 2 stecks. Dann habe ich zweimal einen normalen Schutzwurf. Die stehen. Ja, die Jungs wollen zurückschießen nach oben. Okay, also die wollen da zurückschießen. Zurückschießen. Genau, genau. Da ist ein Mann mit angeschlossen. Genau. Der Apothekarius, der hat nochmal 2 Schuss zusätzlich mit seinem Bolter. Klar, was auch sonst. Das sind 10, 11, also sind das 22 Schuss. 10, 11. 16. 19. 22. Bitte. Okay, das sind schon mal so viele Treffer. Und die verwunden auf 4. Packt ihr dann noch wieder eine Hosentasche. Das sind 3, 4, 5 Stück. Kann man das überhaupt vernünftig erkennen hier? Nee, ne? Nicht wirklich, oder? Guck mal. Weiß ich nicht. Wir gucken mal. So. Ja, die sind aber auch wieder am Reflektieren. Egal. Ja, so. Das sind 5. 5 nochmal. Auf deinen 2er Save. 4, 5. Ach ja, ich bin ja Templer, ne? Mhm. Okay, dann sind 3 tot. Oder haben die 2 Lebenspunkte? Ich hoffe, dass die 2 Lebenspunkte haben. Ich bin mir gerade nicht so dran. Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Ja, die haben 2 Lebenspunkte. Okay, das ist einer tot und einer verletzt. Es wiegt noch ein 2er Save. Das musst du aber auch erstmal schaffen, ne? Komm, hier. Der sieht sowieso aus, als wenn er nach Hause gehen will. Das ist der Chef. Den würde ich nicht rausnehmen. Der hat eine Faust. Ja, Mann. Ich meine, der... Entschuldigung. Ich nehme alles zurück. Der hier wollte nach Hause gehen. Und dann bekommt er hier hinten eine Wunde. Ja. Genau. Okay, dann, äh... Ja, weiter geht's. Das war ein guter Wurf. Also... Ich habe das Gefühl, das wird das ganze Spiel so gehen, ja? Okay, wir gehen weiter. Und zwar schießt jetzt als nächstes weiter mal die Kataphrat. Die haben alle nix. Der Tactical Squad, können die schießen? Ja. Alle. Nur mal so unter uns Gebetsschwestern. Können die hier drin durch die Fenster da hingucken? Äh... Moment. Ja. Können sie. Aber das sind nicht alle. Das sind drei nicht. Also sieben Stück. Sieben. Sieben Schuss. Treffen alle auf der Zwei. Moment, Moment, Moment. Treffen alle auf der Zwei. Schwenken wir mal den Kamera-Juppes hier ein bisschen runter. Ja. Die Zwei. So kann das Empedium auch nicht gewinnen. Nee. Und zwei Wunden. Auf der Drei oder auf der Vier? Was? Die Wunden auf der Vier. Auf der Vier? Ja. Weiß ich doch. Und die stehen. Das war ja schon ziemlich erfolgreich. Mhm. Und weil mir das jetzt so viel Freude bereitet, schieße ich jetzt mit dem Trupp in die Marines rein. Ja. Das sind dann zehn. Zehn Schuss, genau. Zehn Schuss. Okay. Oh, wow. Warum? Warum? Das liegt an den Würfeln, glaube ich. Das glaube ich auch. Oh, wow. Aber wenigstens vier. Ja. Es ist einer tot. Die haben aber einen Apothekarios dabei. Nee. Der bleibt tot. Soll ich dir einfach einen wegnehmen? Ja. Den hinteren? Den hinteren, genau. Okay. Das war ja so. Das war schon worth. Weiter geht's. Mhm. Ich schaue mal, was weiter geht. Was haben wir denn da noch? Tactical Squad. Tactical Squad haben wir ja ein paar. Also die können noch schießen hier, die beiden. Die können hier drauf schießen. Und die Rotor-Kanonen können auch da oben reinschießen, was gar nicht so schlecht wäre. Ja. Zwei, vier, sechs. Acht, zehn. Also ist die hier? Als erstes die da unten rein. Genau. Ich bin jetzt schwer verletzt. Das war der Tritt gegen das Statin. Wir müssen gleich mal gucken, ob die Topfrau noch stimmt. Aber ich glaube schon. Ja, ich glaube, wir müssen... Ah, oh, Schmerz. Wenn du dich auf Zweien treffen würdest. Ja, dann hätte ich wahrscheinlich. Oh. 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 Das sieht doch tatsächlich mal... Zwei, vier, sechs, acht Stück. Das... Ich hab' Bock. Mein Fuß tut weh. Heute ist mein Tag sehr ungeschicklich. Sind drei bisher, die durchgehen. Ja. Da ist ein Apothekarius in der Einheit. Klar, was auch sonst. Ja, es sind drei Tote. Nur für sechs kommen die wieder, ne? Ja. Okay. Dann muss ich hier mit denen schon mal einen Pinding-Test machen. Ne, muss ich nicht. Von zehn, 25 Prozent sind vier, ne? Ne. Oh Gott, was sind denn... Doch, muss ich. Bestimmt. Die sind nicht gepinnt. Okay. Ich würde einfach weitermachen mit dem Land Raiders. So, wir gucken mal. Ja, so ein kleines Stück muss uns drehen. Ich muss wieder drehen. Ich hab... Ne, das Stativ war einfach unten. Dankeschön. Jetzt bin ich zufrieden. So, Leute, das sind einfach so Unannehmlichkeiten bei der Battle-Report-Aufnahme, was passieren kann. Also gegen Stative laufen, das ist so meins. Ja, dann nennt man das Spartan. Wo steht er? Da hinten steht er. Und feuert einfach mal. Ich kann zumindest mit der rechten Kanone... Und mit der... Den... Oben. Genau. Also, oben ist ja ein Melter, ne? Ja. Hier ist ein Laser. Und vorne haben wir ja... Auch Laser. Auch Laser, was auch sonst, ne? Die Linke trifft nichts durch das Gebäude. Dann würde ich doch mal mit der... Mit der Twinlinked, so heißt sie. Erstmal die Zielansagen. Alles in den Leviathan rein. Okay. Weil der immer heftig ist und wenn der an den Panzer mit seiner Klaue kommt, ich glaube, dann ist Feierabend. Ja. Okay, dann schieße ich erst mal mit der... Mit der... Mit der... Twinlinked rechts... Äh, Twinlinked sind ja nur die Außen, ne? Ja. Die in der Mitte nicht. Okay, dann schieße ich erst mal mit der ein. Halt, halt, halt. Ich muss noch umschalten. Ja. Ich sehe es zuerst auf dem Bildschirm. Und der Multimelder oben schießt. Oh, er trifft. Und verwundet, der hat eine Stärke von 8. Da noch 4. Oh. Da liegt sie. Dann muss ich jetzt meinen Fünferretter nehmen. Oh. Den habe ich. Schade. Das heißt, auch der ist wieder. Dann habe ich noch die Laserkanone normal. Ja. Da habe ich Schwert 2. Ach, warte mal. Schwert 2 wäre an der Seite gewesen. Das heißt, ich habe jetzt mit dem einen Schuss die vorne gemacht und mit den 2 jetzt an der Seite. So nehme ich hier. Ja, klar. Oder auch nicht. Das war das Warten. Wow. Ich hoffe, du hast das jetzt langsam abgewürfelt. Dann kommt jetzt als nächstes der Leviathan. Hier, den sieht man sogar noch in der Kamera. Tut man. Perfekt. Da, ein Leviathan als Ziel sieht man nicht. Ja. Das musst du doch umschalten. Genau. Leviathan geht einmal auf die Knights am Rand. Okay. Auf den hier. Auf den Baby Knight. Baby Knight, genau. Mal gucken, was der so kann. Also, ein Cyclone-Melter, 18 Zoll, müsste das locker sein, oder? Das müsste passieren. Oh. Nee. Aber du müsst ja vom... Wenn ich vom Base ran... Doch. Nee, ist nicht. Da ist 18. Stimmt. Der ist nicht drin. Nee. Dann mit der Sturmkanone brauchst du auch darauf nicht schießen. Dann darfst du die noch umverteilen. Kommst du hier ran? Ich kann mit der Sturmkanone in die Dingens hier reinballern. Ja. Und mit dem Melter in den großen Knight. Komm ich rein? Ja. Das ist sehr fair. Dann würde ich das doch tatsächlich machen. Dann schieße ich einmal mit dem Melter in den großen rein. Cyclone-Melter. Der hat Heavy-Fier. Alter. Mhm. Armor-Bane. Darfst du gleich bei dem Durchschlagstreffer, wenn die durchgehen, darfst du zwei Würfel würfeln. Trifft aber halt auch zweimal nicht. Nee, warte mal. Ich glaube, der trifft auf die zwei, oder? Weapon-Skill? Fünf. Ballistic-Skill. Ja, auch fünf, meine ich. Ja, dann triffst du jetzt schon auf die... Nee, auf die drei. Ist richtig. Ja. Nee, warte mal. Sieben minus fünf ist zwei. Doch, du triffst auf die zwei. Dann ist ein Treffer dabei. Drei. Ja, ein weiterer Treffer. Ein weiterer. Stärke? Acht. Ja, dann würfelst du jetzt jedes Mal zwei Würfel, weil du ja auf die Stärke kommen musst hierfür. Jedes Mal drei Würfel, weil du Armourbane hast. Also drei mal drei. Also ich habe drei Treffer, genau. Also der erste. Hat Stärke... Neun. Äh, acht. Acht. Äh, Quatsch. Zwei Würfel ist richtig. So. Soll ich nochmal? Ja, mach mal. Zwei Würfel, so. Neun. Neun plus... Was hat der Melter? Zehn? Acht? Der Melter hat eine Stärke von acht. Okay, das wäre ein Durchschlagstreffer. Der zweite. Das ist... Das ist gar nix. Das ist Nüsse. Und der dritte ist mit Stärke 16. Sechs plus 18, 14. Ist richtig. 14 ist auch schon Durchschlagstreffer. Zwei Durchschlagstreffer. Das heißt, ich muss zweimal auf die vier, weil der Frontschelten... Ne, zweimal auf die fünf, weil der Frontschelten aktiv ist. Muss ich gucken, ob ich den retten kann. Nein. Oh. Okay. Dann, das sind Melter mit Durchschlag eins. Das heißt, ich kriege auch noch on top. Ja. Das heißt, der erste ist drei. Da gucke ich. Ich glaube, das ist Crewshaken. Und sechs. Ne, plus zwei, sieben. Ja. Paris, Athen. Auf Wiedersehen. Okay. Alter, das ist so ein Melter. Muss ich gucken, ob die 5 plus explodiert er. Nein. Schade. Das wäre... Piu, 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 piu. Warte, mach mal hier. Also. Ihr seht, First Blood. Es ist der große Ritter, der so schön aussieht. Munitionstreffer. Amorak gezogen. Boom. Schade. Das ist immer so ein frustrierendes Ding, wenn man so viele Sachen aufstellt und ein schönes Interieur hat hier und dann alles kaputt geht. Oh, jetzt haben wir mehr Platz. Ja, das ist besser zu rürfeln. Das war der Hintergrund. So, dann schieße ich jetzt noch mit der Sturmkanone in die Rainsphere-Sach rein. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Sturmkanone. Schwer 6. Rending 5 plus. Rending 5 plus. Okay. Was war Rending nochmal? Rending macht den Durchschlag besser. Ah, okay. Also. Trifft alles auf die 2. Leeren eine Quoten. Die Anstand 1 ist dabei. Genau. Und verwundet auf die 3. Was hat die für eine Stärke? 7. Oh, dann sogar auf die 2. Ja. Und das ist 4 Stück. Ja. Mit Durchschlag 5, weil du hast keine 6 dabei? 3. Genau. Dann stehen alle. Eine 3? Ja. Ah ja, die sind echt 10, die Jungs. Ja, okay. Das war es mit den Flamern an der Brust. Komme ich nicht weit. Genau. Oh Gott, der C-Caron. Du hast doch hier alt. Ah ne, die haben schon. Die haben schon. Stimmt. Ich gucke mal gerade so in der Liste. Die Rotorkanonen dürfen noch. Machen wir gleich. Ich mache jetzt erstmal den C-Caron. Der schießt einfach auch auf dein C-Caron. Und zwar hat der eine Hunter Killer Missile. Mit der schieße ich einmal. Auf eine 3. Das trifft. Das trifft. Hunter Killer Missile Heavy 1 One Shot. Genau. Genau. Ich habe eine Frontpanzer oben von 13. Ich muss sie mit 2 entwürfeln. Genau. Ne. Die prallt ab. Ja. Dann habe ich ja die Kanone oben kann drauf schießen. Und an der Seite die Laser. Nein, ich habe schwere Beuter dran. Oben das große Geschütz hat wieder schwer 8. 2, 4, 6, 8. Ja, trifft auch für 2. Trifft auch für 2. Das ist ein Projektivgeschoss. Genau. Also. Genau. Das ist immer noch dieser Nice Benefit der Fists. Und jetzt haben die, ich würfel einfach erstmal. Plus 4, 6, Stärke. Stärke 7. 13, 13, 11 und 14. Das heißt, zweimal Lebenspunktverlust und einer schlägt durch. Ja. 4. 4. Das heißt, oh Gott, ich glaube, das ist auch Q-Shaken. Gucken wir gleich nochmal. Ja, okay. Aber ich meine, ja. Dann hat er 3 Lebenspunkte verloren. Wie viele Lebenspunkte hat denn so ein Ziehkerl? Vielleicht hast du den jetzt auch einfach schon weggeraucht. Oh, das ist, äh, der Siehkerl hat, äh, Healing Points 4. Ah, er hat noch einen Lebenspunkt. Okay. Dann legst du mal eine 1 bitte auf den Panzer. So. Der hat es bald hinter sich. Ja, dann gucken wir mal. So viel ist gar nicht mehr über. Die Rotokanonen sind auch noch da. Die feuern jetzt, äh, auf die Marines auch. Ja. Insgesamt, die haben Sturm 4. Äh, ich mache erst mal die ersten 10 und dann die nächsten 10, weil es sind ja nur 19 Würfel und 1, ne? Mhm. Abweichungswürfel. Das heißt, die treffen alle auf die 2. Das sind alle 10. Ja. Dann mache ich nochmal die zweiten 10. Bis auf einer. 19 Treffer, nicht schlecht. So, 19. Und die haben eine Stärke von 4. 4. Ne, 3, ja. Du wundest mich auf eine 5. Oh, egal. Dann mache ich jetzt 19 mal. Ne, 5? Ja. Sind schon mal 5. Genau, 2, 3, 4, 5 Stück. Und dann nochmal die anderen 9. 2, 3, 6, 7, 8. Mit 8? Mit 8? Ne. Die letzten beiden? Ja. Okay, dann sind die letzten beiden weg. Mhm. Sehr interessant. Dann müsste ich jetzt theoretisch und praktisch alles durchgeschossen, was ich durchgeschossen haben... Die hier dürfen noch. Die hier dürfen noch. 10 taktische. Ah, nochmal 10 taktische. Schaffen die das in den Bunker da rein zu... Oder da oben hochzuschießen? Ja. Die ist sogar auf kurze Distanz für 4. Das heißt, du hättest 14 Schuss. Ja. 6, 8, 10, 12. 14? Meinst du, dass 7 sehen können, der Rest nicht? Die sehen die alle, aber nur 4 sind auf kurze Reichweite. Deswegen sind es 14. Ah, ja. Verstehe. Sind alle bis auf einer? Ja. Und auf 4. Mhm. Das ist... Oh, okay. Den mache ich nochmal. Das ist ja... Oh, wow. Das sind immer ein 3, 4. 4. Und wieder safe. Die stehen... Boah, 3, 6. Okay. Du, das... Das kann dir am Ende das Leben kosten, weil... Mhm. Schade, dass... Jetzt hat alles geschossen, glaube ich. Der Rhino kann nicht schießen. Er sieht nichts. Er sieht nichts. Dann gibt es jetzt Charges. Die Terminatoren können theoretisch... Aber die wollen ja angreifen. Nicht wahr? Die haben ja auch ein Schild. Ach ja, stimmt. Die dürfen nicht schießen. Dürfen nicht schießen. Ja. Das heißt... Genau. Das heißt, den ersten Charge, den ich ansage, die Terminatoren in diesen Trupp rein. Mhm. Aufgrund der Barrikade brauche ich zwei mehr. Das heißt, oh, ich bin hier bei einer... Neun, ne? Sieben. Ja. Bei meinem Glück heute. Ich versuch's mal. Nö. Schade. Das heißt, du bewegst dich zwei Zoll nach vorne, also genau wie die Barrikade, oder? Ja, aber nicht mit allen. Das ist nur mit den ersten... Ne, ne, mit der ersten Reihe. Ja, das ist so. Ja, ja. Ne, aber zwei Zoll. Dann stehe ich genau hier. Guck mal. Ach so. Und du kommst nicht rüber, ne? Ne, genau. Ja, ne, dann... Das ist leider nicht erfolgreich gewesen. Dann gehe ich mit den Templern hier rein. Ja. Hier brauche ich eine 4, 5 Zoll. Ja. Das schaffen sie. Ja, die gehen rein. Ach so, ich muss ja dann für Fafni Renn auch würfeln. Ne, der gehört ja zur Einheit dazu. Okay. Können wir uns schon mal angewöhnen fürs neue 40K. Angeschlossen eine Einheit. So, hier sind wir auch nicht pepselig. Das ist ja Papst, ne? Ja. Wollen wir eine Herausforderung machen? Oder hast du noch Charges? Ne, du hast eigentlich keine Charges mehr, ne? Ne, ich hab keine mehr. Die könnten versuchen... Oder das auch? Mit dem Sergeant hier? Dass Fafni Renn erst mal den Sergeant rausböllert und dann die anderen noch in die Einheit gehen? Nö. Okay. Ich will alles... Alles da rein haben. Das Witzige ist ja, dadurch, dass ich ausgestiegen bin und angegriffen habe, habe ich ja einen Bonus. Stimmt. Ja, gut mitgedacht. Ich muss es nur finden in diesen ganzen... Die kriegen, glaube ich, plus eine Stärke und plus einen AP, nicht wahr? Ja, nein, vielleicht. Ich erinnere mich vom letzten Mal dran. Templer-Brüder. Ich meine, so was war das. Okay, wir haben nachgeguckt. Die bekommen plus eine Stärke, weil sie jetzt gecharged sind. Aber... Ich habe ja die Sansephorus-Eigenschaft, dass er minus eine Stärke kriegt. Dementsprechend hebt sich das auf und wir können dann quasi beginnen, danach haben wir auszubefüllen. Genau. Du bist gecharged, das heißt, du kriegst einen Attacke on top. Genau, das heißt, der normale Templer hat zwei Attacken, der Champion drei. Die haben alle ein Power-Schwert. Das heißt... Also mit anderen Worten, du hast jetzt dann drei und vier Attacken beim Charge? Genau. Okay. Ja, ich bin bei AP 3. Das heißt, du würdest anfangen. Direkt durch. Initiative 3 bist du? Ach nein, das war ja mit der... Ich komme bei AP. Initiative habe ich vier. Genau, ich auch. Dann schlagen wir gleichzeitig zu. Also wir würfel erst mal deins ab und dann würfel ich meins ab. Stärke User. Okay, dann Nahkampf, Power-Schwert. Du hast ein Kampfgeschick höher, das heißt, du triffst auf die drei. Das heißt, du hast mit den Normalo-Dudes hast du schon mal zwölf Attacken. Ich habe eins, zwei, drei, vier. Einer hat eine Power-Fist. Ach so. Drei. Also drei mal drei, neun. Ja. So, ich treffe auf die drei. Rending sechs plus. Ja. Die sind schon mal raus. Zwei, vier, fünf. Und durch die... Stärke... Ach so. Du hast die Stärke plus eins, das heißt... Ach nee, Stärke bleibt. Vier. Vier. Dann auf die vier. Das ist doch... Oh, der hat sich mit reingeschmult. Alter, einer. Einer. Ja, und das ist einer tot. Sechs auf die No Pain. Ja. Der bleibt stehen. Warum? Warum ist es nur ein... Halt, Power-Fist? Nee, Power-Fist ist langsamer. Und Fafni Rann kommt dann ja noch später. Nee, Fafni Rann wäre zuerst gekommen. Würfel den nochmal. Wo ist denn der wertetechnisch? Als HQ. Der ist, glaube ich, schneller. Der hat eine höhere Initiative. Da muss ich doch gleich mal gucken. Fafni Rann hat eine Initiative von fünf. Eben. Der darf nämlich noch zuerst zuschlagen. Genau. Der hat seine... Ich kenne ja Single-Axe oder Twin-Axe. Da habe ich eine Stärke von plus eins. Sowieso, weil ich ja angegriffen habe. Genau. Minus eins und plus eins. Und dann nochmal plus eins. Genau. Wenn ich Single-Axe nehme, plus zwei. Ah, okay. Stärke plus zwei. Dann würdest du mich auf die zwei wunden. Das ist auch nicht schlecht. Okay, das mache ich doch glücklich. Was hat der für einen Kampf geschickt? Weapon-Skill sechs. Oh, okay. Dann darfst du sogar eine misslungene Trefferwurf wiederholen. Auf die sechs. Okay, das heißt, ich habe vier Attacken, weil ich angegriffen habe. Fünf, richtig? Ja. Zwei, vier, fünf. Nimm mich. Na klar, zwei, eins sind was auch sonst. Die darfst du wiederholen. Bei sechsen darfst du die behalten. Achso, Entschuldigung. Einen darfst du behalten. Die einen darf ich behalten. Auf die sechs darfst du den, wird der quasi wieder in den Treffer umgewandelt. Das ist sehr löblich. Und jetzt wunde ich. Auf die zwei. Ja, sind vier tote Dudes. Der hat wahrscheinlich viel zu viel Durchschlag. Das gucke ich mal. Weil ich ja Single-Axe-Melee, Shieldmaster, Specialist, Weapon und Mastercrafted. Ja, und AP zwei. Ja. Das sind vier tote. Okay. Soll ich die hinten wegnehmen? Ja. Die dürfen aber noch mit zuschlagen. Ja, nee, dürfen sie nicht. Genau. Der Rest darf jetzt zuschlagen. So, das sind... Weil er erst dran ist. Ja. Vier Hannusse und der Apothekarius. Die haben jeweils eine Attacke. Fünf Attacken. Auf die vier sind drei, vier Stück. Und auf die vier, oh, vier Stück, in deine Templar. Zweier Save. Ja. So kurz sagen. Klar. Dann müssen wir jetzt gegeneinander würfeln, weil ich einen Pinding-Test machen muss. Den werde ich wahrscheinlich verkacken. Nee, du brauchst noch nicht. Wir würfeln jetzt die Würfel gegeneinander, und wenn du höher bist, ist der Trupp weg. Achso. Oh, weißt du. Ja. Ja, dann sind die einmal niedergemacht. Du musst mir den ganzen Truppen in die Hand geben. Ja, bitteschön. Mhm. Und nochmal, bitte. Jo. Das heißt, ich gehe nicht chancenlos unter. Ja. Du hast schon gut Punkte rausgenommen. 500 Punkte. 600 Punkte hast du fast rausgenommen. Ja, wäre ich gerne reingegangen. So, ja, dann bin ich... Die kommen gleich zu dir. Dann bin ich... Ja, ich war kass. Okay. Dann gehen wir gleich in meine Bewegungsphase über, ne? Ja. Und wir sehen uns hinterher, würde ich sagen. Genau. Jo. Ich habe mich bewegt. Das heißt, es wird jetzt sehr viel Geballer und noch mehr Geböller geben. Oder? Mhm. Und... Ja, was soll ich sagen? Ich bin mal gespannt. Hier haben sich die Dreadnoughts zum Panzer bewegt. Auf jeden Fall. Hier unten, die taktischen Marines werden gleich ein bisschen schießen und dann hier reingehen. Die Panzer versuchen hier ein bisschen was anzugreifen. Die drei Knights versuchen hier ein bisschen Schaden anzurichten. Da oben komme ich nicht durch, weil du mich ja blockiert hast. Ja. Frech. Die Marines hier haben sich eigentlich gar nicht bewegt. Und hier dieser große Terminatorenblock mit Horus bewegt sich hier in die Richtung, damit da gleich ordentlich Kasala ist. Das sieht richtig, richtig vielversprechend aus. Oh ja. Schussphase. Ja. Alles klar. Der Leviathan-Dreadnought schießt mit seiner Sturmkanone hier oben rein. Und der Phosphax-Discharger auch hier oben rein. Wir müssen jetzt mal gucken, wo ich würfele. Ja, da müssen wir uns jetzt... Wir würfeln, glaube ich, diese Runde einfach top-down. Das macht das Leben irgendwie leichter. Ja, wenn wir gleich ein bisschen mehr Platz haben, dann gehen wir wieder auf die Rechte. Weil ich habe ja gesagt... Oder das Problem, was wir hier haben, also rein logistisch, ist... Wo würfeln wir und deswegen... Ja, ja. Okay, würfeln wir einfach hier irgendwo oder hier, sodass das top-down auch noch reicht. Ja, genau. Gut, dann gehen wir einfach von links nach rechts. Was hältst du davon? Ja, das ist eigentlich wieder so eine rhetorische Frage. Ja. Leviathan-Dreadnought, die Sturmkanone hat... Wie viel Schuss? Sechs. Genau. Hatten wir eben schon. Hätte ich mir auch merken können. Sechs Schuss, der trifft auf die Zwei. Wo? Achso. Da willst du das haben? Bitte. Okay. Der trifft auf die Zwei. Einer nicht. Und verwundet auf die Zwei. Das ist einer nicht. Und vier Stück mit minus fünf, also in dem normalen Safe. Die stehen. Stehen alle. Okay. Und der Phosphax-Discharger, den habe ich ja da auch angesagt. Der hat das Blast-3-Zoll-Template. Das würde ich hier so einmal oben drauflegen. Achso. Sieht man jetzt nicht. Das würde ich hier so einmal oben drauflegen. Und dann gucken wir mal. Ich gucke mal hier den Scatter-Dye aus. Oh nein. Der Scattert zwölf. Ne, der Scattert nicht zwölf. Der Scattert... Aber halt die Richtung nicht verändern. Ja, habe ich in die Richtung. Oh Gott, zwölf minus vier sind acht. Wo hast du den hingelegt? Ja, das ist... Ja, der ist furcht. Also nochmal ganz kurz hier... Achte, der ist quasi abgewichen und zwar bis hier. Ja, da steht nichts. Da ist... Im Zweiten, wenn er jetzt so gekommen, hätte er vielleicht den... Dann hätte er... Ja. Also manchmal Glück im Unglück oder auch die eigenen. Hast du das immer so? Ja, ja. Genau. Okay. Dann der Contemptor-Dreadnought hier in den Panzer rein. Der trifft auf die zwei. Tut er? Der erste Schuss... Warum sollte er auch überspringen, als er muss, ne? Richtig. Hat eine Stärke von... Neun, glaube ich. Das ist zu wenig. Hat die Laser-Kanone-Armor bei Ihnen? Ich gucke gerade mal. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Ach, ich habe den die falsche Waffe angesteckt. Der hat einen Melter. Ne, gerade das Auto-Kanon ist richtig. Ne, Quark. Heavy 3. Der hat eine Auto-Kanone, keine Laser-Kanone. Ja, dann... Aber Stärke 7 kommt schon hin. Dann habe ich einmal Stärke 9 gehabt. Das passiert... Da passiert nichts. Dann... Auch nicht. Und... 5, 7 und 5 ist 14. Der hat aber eine Frontpanzerung von 15, glaube ich. 7 und 5 ist wie viel? Ist 12. Absolut richtig. Ne, da passiert sowieso nichts. Okay. Dann... Gehen wir in die nächste Einheit. Das sind da oben die taktischen Marines. Die schießen alles in die Terminatoren rein, was sie haben. Das sind 20 Schuss. Und der Psioniker. Mit dem fange ich an. Du hast auch eine Laser-Pistole, ne? Ne, der hat von mir einen Beuter gekriegt. Ah, okay. Der Psioniker macht das... Wie letztes Mal das Conflict Great Airs. Ach so, falsche... Entschuldigung. Falsche Ansicht. Lass doch liegen. Das ist doch... Okay. Oh, guck mal. Passt doch. Ja. Da muss ich jetzt erstmal gucken, ob das klappt. Ja, das klappt. Und das heißt, die kriegen jetzt... Ich meine W6-Treffer. Wo ist er denn da? Der Centurion. Na, wo ist sein Zauber hier? Pyromanzy, da ist er. Für jedes Modell, was da unter ist. Uh, das sind 11 für den Trupp. 4, 8, 11. Wie viel Stärke? Entschuldigung, ich muss gerade lesen, weil es ein längerer Text ist. Äh, Zauber Hit ohne Durchschlag. Okay. Also. Dann sind das... Stärke 4. Auf die 4. Das ist eine. M2 ja safe, oder? M2 ja safe. Ja. Steht. Gut. Und dann sind das 20 Schuss in die Thermis mit den Boltern. Den Template mal wieder runter, ne? Ja, machen wir das Template runter. Auf die 3. Und auf die 4. Den musst du auch noch machen. Den hast du vergessen. Den habe ich vergessen. Den habe ich vergessen. Okay, dann sind das... 4, 5, 6 Wunden. 7 Wunden. Oh. Einer tot. Einer tot. Von diesen dusseligen Marines, ne? Fisch. Ossen. Da oben die Terminatoren. Wie viel sehen die? Magst du mal mit dem Laser gucken, bitte? In der... Also die 3 auf jeden Fall. 4, 5, 6. Mein Horus blockiert auch, ne? Gesicht. Ja, denke. Die stehen ja auch sowieso alle mit dem Rücken dazu, ne? Also hast du ja gar nicht aufgestellt. Ja. Also ich würde sagen, die letzten 3, da wird es eng. 3. Ach so. Also bis auf die da, der Rest, die sehen alle, ne? Okay. Willst du schießen? Ja. Wie viel können die? 12 Zoll? Ne, 18 Zoll. Okay. Weil die haben alle den Bainstrike-Bowlter bekommen. Ja, dann. Die sind bis... Die sind alle drin. Okay. Das heißt, die haben jeweils 2 Schuss. Das sind dann wie viele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach, da drin sind ja auch noch welche. Ja, ja, die sehen dich. Klar. Das sind 5, 6, 7. Warte, das muss man sich mal hier zu Gemüte führen. Also, ne? Jetzt da so, also da, die da hinten. Und ich weiß gar nicht, wie ich so mit der Kamera hier so... Warte mal, ich versuche das mal. Da stehen auch noch welche. Durchs Fenster sieht man es. Genau. Da verstecken sie sich. Ey, das ist abenteuerlich. Unglaublich. Das ist alles in Runde 1. Ja. Ach genau, setz das nochmal drauf da bitte. Ich würde schon mal. Die treffen auf die 3. Glück, 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 Glück. Das mag ich nicht, das Geräusch. Oh Gott. Und die verbunden dich auf die 3, weil die haben Stärke... Die haben Stärke 5. Oh, das sind ganz schön viele. Und vor allem die 6 sind bei dir in den Rettungswurf. Ja. 3 mal ein 4er Retter und... Ne, ein 3er Retter, die haben ja mit dem Schild. Und 3 mal ein 2er Save. Dann mache ich erstmal die 2er. Alles Save. Und 3 mal ein 3er. 3 mal ein 3er. Ist einer tot. Schon wieder einer weniger. Damit sind 2 von 10 gefallen. Das sind noch keine 25%. Ne. Ne. Okay, dann Horus. Ja. Schießt jetzt. Horus schießt mit der Talon of the War Master. Die hat nur Stärke 5. Na ja gut. Die hat 3 Schuss auf die 2. Ja. Verwundet auf die 3. Sind 2 Stück. Mit AP... Mit AP 3. Also normaler Save. Na, da haben wir mal Glück gehabt doch. Mhm. 2-2. Ja. Okay. Dann machen wir weiter mit dem Taktion-Trupp hier. Die dürfen nur ihre Pistolen abschießen, weil ich die ja gleich chargen möchte. Das heißt, das sind 10 Schuss. Ne, sind 11 Schuss. Weil der Apothecary auch einer hat. Das sind ja jetzt ein bisschen Deckung. 8, 9, 10, 11. Ja, aber dein Safe ist besser, dann brauchst du die nicht. Die funktioniert ja hier anders als bei der Horus, äh, bei 40K. Also auf die 3. Denk dran, du kannst einmal auch zurückschießen, ne? Mhm. Und auf die 4. Oh Gott. Sind 2. Safe. Gut. Dann geht es weiter. Hier oben, die Plasma-Kanonen, gehen in den Trupp rein. Ja. Das sind 5 Schuss. Ähm, die überladen. Na klar. Ja. Treffen auf die 3. Sechsen. Da ist schon einer tot. Und verwunden auf die 2. Ja, sind 3 Stück mit 3 Toten. Ja, und du hast auch einen Toten. Und ich habe auch einen Toten. Ich nehme hier, auf den hier war das, ne? Mhm. Äh. Äh. Okay, also man sieht, ne? Hier, 3 Trupps. Also da einer weg. Genau. Hier 3 weg. Ich muss einen Finning-Test machen. Den stehe ich nicht. Das heißt, die Jungs sind gepinnt. Soll ich mal einen Marker rausholen? Ja. Hätten wir gerne den Kreiselmarker? Ja. Bitte sehr. Mhm. Genau. Dann der hier. Der Melter geht in deinen Panzer. In den? Wobei, ich glaube, der ist gar nicht so schlimm. Der Leviathan ist viel schlimmer. Der Melter geht in Levi. Die beiden Bolter gehen hier rein. Und der Multimelter geht auch in den Levi rein. Oh, das ist nicht gut. Ähm. Das ist ein Predator. Ähm. Wo ist er denn? Predator, Predator, Predator. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Die Magna Melterkernin hat 3 Schuss. Trifft auf die 3. In den Levi. Achso, halt. Wir sind noch in der Top-Dame. Entschuldigung. Das war wild hier heute mit dem Hin- und Herschein. Ja, halt um. Ähm. Trifft einmal. Und verwundet definitiv. Das heißt, ein 5er Retter. Nein. Der macht... Ein Schaden. Der Levi hat 7 Wunden, dann hat er nur noch 6. Ich zähle hoch, ne? Ja. Die beiden Heavy-Bowlter haben 8 Schuss. Die gehen in die Marines rein nach vorne. Trifft auf die 3. Und verwundet auf die 3. Das sind 2 Wunden in den normalen Safe. Einer nicht. Ach nee, unten. In die, ne? In die, ja. Nehmen wir mal den weg. Und ich sehe gerade, ne, der hat einfach eine Hunter-Killer... Der hat oben gar kein Ding insgekriegt von mir. Ja, okay. Aber die Hunter-Killer-Messile möchte ich dann bitte noch in den Levi abschießen. Ja. Auf die 3. Auf die... Ja, wundet. Mit 4. Was ist das für ein Safe? 3. Was hat die für ein Durchschlag? Hunter-Killer-Messler-Durchschlag 3. Ja, dann hast du den nicht gestanden. Macht einen Schaden. Ich habe einen normalen Safe von... Wie viel hat der... Mein normaler Safe ist 2 mit dem Levi. Dein Safe von 2? Ja. 2, ja. Okay, nee, dann ist er nicht durchgegangen. Wow. Oder hattest du eine 1 eben? Ne, eine 2. Ne, eine 3. Ne, eine 3. Ne, genau. Okay. Machen wir da... Ne, wir machen erstmal hier weiter bei den Knights. Die beiden Knights fasse ich zusammen. Die schießen ihre Autokanonen auch in den Levi rein. Hebron Talon, genau. Die haben... Da nehme ich die Ignis-Kanonen. Das sind dann 8 Schuss. Achso, es waren ja 8, genau. Und die treffen auf die 3. Auf die 3. Ja, die treffen auf die 3. Entschuldigung. So. Oh, das ist schlecht. Das ist... Naja. Und wir runden dich auf die 5. Du hast Widerstand 5, ne? Äh, 8. Tafn ist 8. 5. 2 Stück. Mit Minus. Zu wenig. Also ein 2er Safe. Oder haben die noch was? Ja, Rending. Aber das bringt mir nichts, weil ich habe keine 6 dabei gehabt. Und der 3. Der schießt da oben in deine Templar rein. 4 Schuss mit den Autokanonen. Trifft 3 Mal. Und verwundet 1 Mal. Ne, 2 Mal. In den Rettungswurf. 4 Retter. Einmal tot. Jetzt kommt der Pilling Test. Jetzt ist der eine. So, 2, ne? Ja. Ne, der ist okay. Gut. Dann der Predator hier. Fällt mir gerade auf. Die Predator-Kanone geht auch in den Levi rein. Und die beiden Bolter gehen hier rein. Also, ne? Der Predator hier. Kanone da rein. Bolter hier rein. Machen wir erst die Bolter. Das sind wieder 8 Schuss. Trifft auf die 3. Der nicht, der. Oh, 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 oh. Auf die 3. Alle. Das sind alle. Wie viel? Das sind 7. 6 Stück. In normalen? Mhm. 3 tot. In die Marines hast du geschaffen? In welche waren das? Die hier. Und da kommt die Predator-Auto-Kanon. Die Predator-Kanon, sorry. Die hat 4 Schuss. Huch, warte mal. Ich hole das Interieur hier. 4 Schuss in den Levi. Trifft auf die 3. Und verwundert diesmal auf die 4. Einer mit Durchschlag zu wenig, glaube ich. Ja. Save 2. Gut. Ich hasse den Levi. Oh, ist der geil. Oh, da würde ich mir nur 3 Stück von stehen. Du kannst theoretisch 3 davon spielen, ja. Da oben. Der C. Karen schießt alles, was er hat, in die Marines vor sich. Snapshots. Ja. Das heißt, ich habe erstmal die 8 Schuss oben von der Sturmkanone. Auf 6. Achso. Entschuldigung. Hier fliegen die Würfe. 6. Oh, einer. 2. Ach, 2. Und verwundert auf 2. Ja, zweimal. Das sind 6. Stopp, 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 stopp. Genau, der hat Rending 6 plus und Exoshock 6 plus. Okay, also, Rettungswurf, bitte. Haben die einen? Einen 4er. Die haben noch das Schild. Das Kleine. Ja. Einer geht durch. Und auf eine 6 plus kriegst du noch eine tödliche Wunde hinterher, weil die so geschockt sind. Ja. Und geht einer. Ach, ich habe vorhin die E-Faust vergessen. Die waren doch schon tot. Ach, ne, waren sie nicht. Stimmt, der ist noch zu stark. Ach, ich habe vorhin noch gesagt, der hat eine E-Faust. Ja, der hat eine E-Faust. Ja, das ist die Karen darf nicht weiterschießen, weil der darf ja nur mit seiner Hauptwaffe abfeuern. Der Land Raider schießt alle Laserkanonen hier rein. Also es sind eigentlich nur zwei. Die und die in der Mitte. Genau. Und die da hinten schießt in gar nichts, weil die sieht nix. Ja. Also erstmal die Laserkanonen ausruhen. Die Twin-Linked? Die zwei? Genau, die Twin-Linked schießen in den Panzer. Einer. Ach, warte mal, die sind Twin-Linked. Zwei. Mhm. Und verwundet der erste mit Stärke 14 oder 13 hat auf jeden Fall eine Wunde und der zweite ist auf jeden Fall ein Durchschlagstreffer. Jetzt gucke ich mal kurz, was der C-Carron in der Frontpanzerung hat. 13. Nee, genau. Dann sind das zwei Durchschlagstreffer. Ja. Einmal die Crew-Stunt und einmal Munition. Soll ich auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Schade. Okay. Ähm, yeah. Okay, das war der Spartan. Oh, schießt nicht auf den Rhino. Ich weiß nicht. Das war mein Bescheid. Nee, die Roterkanonen dürfen noch. Die hier, die schießen hier oben in den Trupp rein. Das sind 20 Schuss. Und dann kommen wir zu Charges. Ja, dann kommt endlich der interessante Part. 4, 8, 12, 16, äh, 14, 18, 20. Hier ist noch eine 4. Ja, die trifft ja. Ja, ja, ich meine. Hier ist noch eine 2. So, und da soll eine 2. Verbunden auf die 5. Halt, da ist noch einer. Entschuldigung. Du musst hier würfeln? Ja. Nö. Sind 1, 2, 3, 4, 5 Stück in die Marines da oben. Ja, sind 3 tot. Und dann darfst du gleich einen Pinning-Test machen. Hier war es, ne? Mhm. Ich mag die Roterkanonen, bin ich ehrlich. Boah, die sind richtig gut, ja. Die sind sehr gut. Pinning-Test. Pinning-Test, genau. Die sind gepinnt. Sehr schön. Dann gehen wir in die Charge-Phase. Ja. Ich fange mit dem Levi an. Der Levi, ich mache das in der Top-Down, dann würfel ich hier. Ja, der Levi geht hier rein. Mhm. Mit einer 9 schafft er das. Mhm. Der geht da rein. Mit einer 9 schafft er das. Die Marines wollen in diese Marines hier rein. Mhm. Mit einer 5 war das wahrscheinlich. Nö, ich konnte ja immer. Mhm. Okay. So, der Prieto geht natürlich schön wieder nach vorne. Durchs Fenster boxen, ja? Durchs Fenster boxen, genau. Hier chargt sonst nix. Ach nee, die haben keine Nahkampfwaffen, ne? Nee, die haben keine Nahkampfwaffen. Ah. Da oben, die Terminatoren, erstmal die grünen, nee, erstmal, kommt Horus da raus, ohne dass die anderen chargen müssen. Passt der mit dem Bacer durch? Wodurch? Also da vorne kommt er nicht durch, ne? Der kann ja nicht über seine Ruhe. Nee, eben. Das heißt, der erste Terminatoren-Trupp, 5. Plus das Hindernis, nee, 5 wäre genau bis zum Bacer, du bräuchst eine 7. Okay, dann schieb mich mal 3-2 nach vorne, bitte. Das ist genau bis zur, ups, Barrikade hier. Ist das jetzt hier über die Sandsäcke hin kämpfen? Müssen wir gleich nochmal nachlesen, aber ich glaube, das geht nicht. Das sieht mal mit sich aus. Achso, der gehört noch dazu, ne? Die grünen hier auch alle, das 1-10er-Trupp. Achso. Die hier hinten auch raus. Ja, dann kann Horus nicht mit chargen, weil kein Weg. Das Interessanteste am Ganzen ist jetzt, naja, okay. Schauen wir mal. Okay, dann geht's los. Erster Nahkampf, ich darf ja auswählen. Leviathan in deinen Panzer rein. Soll ich da noch würfeln? Wir gucken mal. Leviathan-Dreadnought hat 5 Attacken, weil ich gechargt bin. Na ja, da kralle. Ja. Ich kann nicht zählen. 5 Attacken, weil ich gechargt bin. Der trifft auf die 2. Einer nicht. Machen die 6 irgendwas? Ich glaube nicht. Nicht bei einem Trefferwurf, oder? Nein, genau. So, der hat Stärke 10. Das heißt, ich verwunde dich. Plus W6. 16, 14, 13, 12. Der hat eine Frontpanzerung des Barton. Ich hab ihn hier. Sekunde. Spaten, 14. Das heißt, 2 Durchschlagstreffer. Und die machen schon 6 Schaden, genau. Soll ich die jetzt nochmal würfeln, was passiert? 2 mal eine 4. Das heißt, eine Waffe ist kaputt. Aber er hat schon 6 Schaden erlitten. Ich glaube, damit ist er schon 6. Er hat nur 5 Leibpunkte, glaube ich. 6, ja dann. Explodiert er? Ne, das tut er ja nur, wenn das Munitionslager hochgeht. Ach. Kannst du nicht das Munitionslager kaputt machen? Ne, hab ich nicht geschafft. Bin ich zu blöd für ihn. Ich meine... Wow. Komm, ich bin mal nicht so. Ja, danke. Das war, glaube ich... Heute ist nicht mein geschicktes Tag, kann ich nochmal sagen. Der ist zu schlecht, ne? Das ist so... Also, 2 dicke Fahrzeuge. Du bist ja jetzt schon quasi... Ich bin schon fast drin, ja. Willst du noch nachrücken? Ne, darfst du nicht bei Hull-Dingens, glaube ich. Ah. Also, den gibt es ja nicht. Die taktischen Marines hier greifen hier an mit dem Präter. Der fängt natürlich an, weil er am schnellsten ist. Diesmal machen wir es richtig. Und die größte Axt von allen hat. Und den größten Lörres hat, richtig. Ich meine den größten Delfin. Der hat 5 Attacken, trifft auf die 2 natürlich. 2 nicht. Und wundet dich auf die 2. Oh, wow. Er hat keinen Bock. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Genau, und dann schlagen wir es gleichzeitig zu. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Und der 2 Attacken sind 7. Haben die alle Bayonette? Die haben alle Bayonette. Cool. Meine auch. Das heißt, die pieken sich da so gegenseitig. Die treffen nur so mittelgut. Und verbunden dich auf 4. Das sind 2 Stück. Normaler Safe. Normaler Safe. Einer tot. Sehr schön. Das heißt, der Pinning-Test kommt nicht. Geh mal raus, Serio. Und jetzt darfst du zurückschauen. Jetzt habe ich endlich. Wie viele habe ich denn da? 5. Durchzählen. 6. 1, 2, 3, 2, 3. 6 und einer 2 Attacken, also 7 Attacken. 7. Auch für 3, ne? Ja, für 4. Wir haben uns gleich Kampf geschickt. Ja, das sind 3 Stück. Und 4. Einer. Einer. Ja, der ist auch so. Pinning? Muss ich einen Pinning-Test machen? Du nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne, ich auch nicht. Aber du hast den Nahkampf gewonnen. Ich habe den Nahkampf gewonnen, genau. Das heißt, du machst... Ah ja, doch. Stimmt, du musst einen Pinning-Test machen. Richtig. Stehst du. Gut, passiert nichts. Dann ziehen die sich nur raus. Und alles ist tot. Schieb den nicht so lieblos da rum. Guck mal, der steht ja auf halb 12. Das erinnert mich an den letzten Kampf da, wo deine... von Extra Sigma, wo die da so halbschräg aufmachen. Ja. Das war... Naja. Stimmt. Witzig. Okay, das war meine Runde. Die war enttäuschend. Ich habe echt nicht so viel rausgenommen. Ohne Scheiß, aber du bist schon... Mit den Drenners bist du gleich drin. Ja. Die sind einfach unfassbar krank, ey. Der Leger-Tan. Der Leger-Tan ist so stark. Ja. Das war Runde 1. Ja. Runde 2 im Pülfes. Bewegungsphase ist abgeschlossen. Ihr seht es oben. Wir sind in Runde 2. Was hat sich getan? Also, wir haben uns mit dem Trupp der Templar hier unten so ein bisschen neu formiert, um Fafnir-Ran. Wir versuchen jetzt nochmal den Sikaran rauszunehmen. Ob das noch funktioniert oder nicht, werden wir dann sehen. Der Rhino steht einfach und steht und hat einfach keine Aufgabe. Hier ganz interessant. Ich habe mich bewegt mit dem Contemptor Dreadnought raus. Als Reaktion darauf gab es den Leviathan, der quasi in Reichweite mich gesehen hat und deswegen reagieren konnte. Und somit gibt es hier gleich einen Infight. Ich bin ein bisschen rumgezogen mit den Templern. Terminatoren. Sag ich doch. Du musst lernen zuzuhören. Also, ich bin mit den Terminatoren hier so ein bisschen rumgezogen. Dass wir hier quasi noch einen richtig schönen Infight kriegen. Da müssen wir gleich noch bedenken, dass es ja noch Deep-C Schaden gibt. Genau. Das kommt jetzt zuerst. Achso. Moment. Ansonsten. Ganz kurz. Genau. Den Leviathan, Leviathan Dreadnought, der hat sich noch ran bewegt. Der möchte auch noch in Infight gehen. So wie der Prätor. Und hier, die Einheit ist nicht mehr gepinnt. Und der Prätor ist auch runtergegangen, um möglicherweise in irgendeiner Art und Weise auch in den Nahkampf zu kommen. Das heißt, es kracht jetzt richtig. Es kracht richtig und es sieht aus, als wenn ich einfach gegen eine Wand laufe. Aber we will see. Gucken wir erst mal, was die Psi-Geschichte sagt. Mehr habe ich nicht bewegt. Nö. Das war es. Genau. Das sind vier Runden. Vier. Auf die zwei. Wir experimentieren übrigens, nur mal so, by the way, so ein bisschen weiter rum mit den Kameraperspektiven. Wir sind noch nicht ganz so zufrieden. Und stehen alle. Genau. Und ja, wir schauen mal, wie wir euch das noch am besten irgendwie präsentieren können. Oder auch nicht. Dann würde ich sagen, fangen wir an mit der Fernkampfphase. Meine zwei Hauptgeschützfahrzeuge sind ja jetzt schon auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich muss mein Datasheet hier erst mal aufrufen. Ich habe Bock, mit dem Legatan anzufangen. Ja. Und zwar würde ich mit dem, eigentlich kann ich ja nur mit dem Melter schießen, die normale Auto kennen. Die bringen nichts gegen die Nights. Dann machen wir es wie folgt. Ich schieße mit dem Melter auf diesen. Wobei, ne doch, du kannst schießen, wohnst du halt nur auf die fünf. Ich schieße einem alles. Mit den Flamern kann ich ja auch. Aber die machen keinen Tarn. Das ist nur gegen Infanterie gut. Also alles, was der hat, geht in diesen einen rein. Ja. Und dann gucken wir mal. Als erstes fangen wir an mit dem Cyclonic, mit der Cyclonic Melter Lance. Vier Schuss. Ja, genau. Schwer vier. Das ist tatsächlich wieder, ne? Schauen wir mal. Alle. Sieht gut aus. Ich verwund mich auf zwei. Drei Stück. Drei Stück. Warte mal, ist ein Sechs dabei? Bringt mich das irgendwie weiter? Ne, Heavy 4, Armor Bane. Ich habe ein Fünfer Retter, ne, ein Sechser Retter. Ja. Nein. Wie viel Schaden macht die? Dreimal. Stärke 8, AP 1. Okay, also einfach einen Schaden. Ich glaube, dann ist der schon tot. Weil die waren nämlich schlechter als die Contemptor Dreadnoughts, wo ich immer dachte, ja, warum zur Hölle sollte ich dann so ein Knight spielen? Die haben drei Lebenspunkte. Einer Dote. Okay, das heißt, der erste ist gold. Okay, das finde ich ziemlich cool. Ja. Also ich gehe nicht kampflos unter, das muss man ja mal sagen. So ein paar schaffe ich auch. Die können hier zehn Schuss hier reinmachen. Ja, das ist eine gute Idee. Das machen wir auf zwei. Da können wir das Profil schon. Vier, fünf, achso, fünf. Zwei, vier, fünf. Da machen wir mal alles auf zwei. Achso, warte. Ja, zwei Einsen sind dabei, die sortiere ich mal raus. Und vier. Und die Wunden auf vier. Vier Stück. Genau, vier. Sind ein Toter. Achso. Ja, ist ein Toter. Ja, also die Apothekari sind nett, aber bisher haben sie noch nichts. Bisher haben sie noch nie wirklich was gerissen, ne? Nein, leider nein. Okay, einen hast du weggenommen. Dann, ähm. Ja, genau. Aber die haben vorhin noch nicht schießen. Die haben nicht. Weil die Panzer machen sie gar nicht. Die hier. Die kommst du wahrscheinlich. Ja, auch mit allen. Dann machen wir es wie vorhin. Ich schieße jetzt erstmal mit dem Trupp hier unten auf die. Das sind auch hier Zähne, würde ich sagen. Ja. Zwei, vier, sechs, acht. Zehn. Alle? Nein, einer nicht. Und vier. Fünf, ne? Ich richte es hier. Vier. Genau, vier Stück. Das sind zwei Tote. Dann würde ich nochmal mit... Ja, sind gepinnt. Ach, du brauchst einen Pinningmarker? Einen Pinningmarker? Ja, ich glaube nicht, weil du wirst die jetzt mit den Rotokanonen wegschießen, denke ich. Ja, genau. Das war so der Plan. Aber trotzdem, wir versuchen es mal. Ich lege mal hier so eine Vollständigkeit ein. Okay. Dann mit den Rotokanonen. Das heißt, wieder 20 Schuss, ne? Von hier oben, ne? Genau. Hier rüber. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich mache wieder die ersten 10 auf die 2. Alle? Alle. Und auf die 5? Mach erstmal das schon. Achso, die ersten 10 auf die 5. 1, 2, 3. Drei Stück. 10 hätte ich noch. Ja, einer tot. Und die zweiten 10 Schuss hier. Nochmal 2. 4? 2. Die haben nur Stärke 3. Ach. Der ist tot. Okay. Das heißt, auch der Trupp ist weggenascht. Dann kriegst du mich hier deinen Pinningmarker jetzt wieder. Oh, danke für den Pinningmarker. Bitteschön, für den Pinningmarker. Danke für den Pinningmarker. Das war doch schon mal, schon wieder was. Ja, mühsam ernährt sich der Eichhornchen-Teufel. Der Eichhorn-Richt. Der Eichhorn. Der Eichhorn-Richter. Gibt es Sinn mit diesen Laserpistolen? Nein. Mit Kanonen auf. Ich habe vorhin gesehen, dass du hier reingeschossen hast und mir einen Terminator raus. genommen hast. Dann halbe Distanz. Die schießen 24 Zoll. Reicht leider nicht. Es sind nur 2, 4, 6, 7 Schuss. Das heißt, ich mache einmal 7 Schuss in die Terminatoren rein. Wir hoffen, dass möglicherweise einer geht. 2, 4, 6, 7. Uff. Ja, das war Müll. Und jetzt wieder auf 4. Ja. 3 Stück. 3. Ah, eine Wunde. Guck mal. Und? Äh, upp. Und der Würfelfeld. Ähm. Genau. Und ich würde, glaube ich, weitermachen mit dem Contemptor-Dreadnought, den ich erst mal finden muss. Der schießt mit seiner Laserkanone natürlich zuerst mal in den. Levy? Mit dem Bolter. In den Levy, genau. Mit dem Bolter brauche ich ja nicht. Ne. Das ist ja... Das ist ja... Ach, weißt du was? Ich würde, glaube ich, hier mal eine Reaktion nehmen und zuerst schießen. Mit welchem? Mit dem Levy. Die Sansephorus-Reaktion. Okay. Äh, 6 Schuss auf die 2 und auf die 5 ist einer. Ja, steht. Ähm, genau. Ich habe ja wieder die Laserkanone. Heavy 2. Sander? Was heißt denn Sander eigentlich? Sander heißt, du darfst, wenn du gegen schwere Panzer rumschießt, den wiederholen. Oh, hat der schwere Panzer? Ich glaube nicht. So was wie Knights zum Beispiel oder wie Titan. Äh, wirfeln schon mal weiter. Ah, ne, ich muss gleich. Genau. Das war ja nur der Trefferwurf. Einen Treffer habe ich und... Jetzt die Frage, ob ich den wiederholen kann. Sander. Äh, ne. Okay, das ist halt erst ein Treffer und ich verwundere, ich habe eine Stärke von 9. Auf die 3. Ja. Ja. Steht. Mit dem Rettungswurf. Wow. Mhm. Das ist echt schade. Schon. Mhm. Wollen die Terminatoren da oben noch schießen? Können sie ja nicht. Die haben ein Schild. Ach, die haben ein Schild. Ich vergesse es jedes Mal wieder. Ja, moin. Äh. Okay, ja dann. Dann hat sich das ausgeschossen. Dann fange ich an zu chargen. Und, ähm, das können wir auch... Das können wir auch gerade machen, ja. 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 Als erstes mit dem Contemptor in den Levy. Ja. Ich glaube, das passt. Das wird auch sehr interessant. Als nächstes, äh... Ja gut. Der ganze Band. Kannst du reinschieben, ne? Ne, ne. Da wollen wir mal der Correctness, ne? Okay. Okay. Alexis Pollux hier. Der Bursche. Der böse Bursche, sagst du? Nein, der will den Purschen zu Polen werfen. Ähm, was Charged denn hier noch? Ach so, hier die. Mhm. Drei in den Sea Caron. Oh ja. Ja, aber so, oh, die haben richtig Bock hier. Fafnir Ran. Oh mein Gott. Und dann der Pretor in den Predator? 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 Ich wollte gerade sagen, Pretor in a Predator. Auch der will. Und der Levy. Aber der hat gar keine Nahkampfwaffe. Nö. Was mache ich denn jetzt? Zutreten mit dem normalen Profil zuschlagen. Ja? Ist das sinnvoll? Nö. Nö. Bin ich mich im Nahkampf? Das ist ja, weil... Kannst du ja gleich raus. Ne, du schiebst ja, wenn du mehr Wunden machst als ich oder ich mehr Wunden mache, dann schieben wir uns ja raus. Ich versuche noch, hier unten, dieser letzte Pretor, den zu chargen. Ich würfel erstmal, dann gucke ich, ob es funktioniert. Oh, ne Elf. Ja, auf jeden Fall. Auch mit dem Hindernis und so weiter, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Wird's mal. Na, guck mal. Ja, du wählst die Einfolge der Nahkampfwaffe aus. Ja, ist denn ja klar, ne? Wie ist denn? Ey, Leute, jetzt mal ohne Scheiß, wenn ihr in so einer Situation steht, ne? Ich fange an mit den Terminatoren. Jo. Wir haben jeweils zwei Attacken. Ach so, siehst du? Die Solarid-Fäuste. AP 1. AP 1. Oder fange... Alexis Pollux ist der ganzen Einheit ja angeschlossen. Der fängt an. Der fängt an. Mhm. Na, guck mal. Dann würde ich als Alexis Pollux. Der hat drei Attacken, weil ich gechargt bin. Vier. Ja. Trifft auf eine Zwei und darf... Ach, ich habe ja gar nicht abgeschossen. Ich habe ja eine Melter-Gun. Mach ruhig noch. Ach, ne. Ja? Mach ruhig. Soll ich? Melter-Gun? Ja. Okay, dann machen wir es jetzt nochmal. Jo. Sportsman. Du brauchst ja eh die Würfel gleich. Dann kannst du ja schon mal zur Kamera gehen und dann würfelst du jetzt erst die Melter ab und dann den Nahkampf. Ich wollte gerade sagen, weißt du was, ich nehme mein ganzes Datenprofil hier mal mit und als erstes dreht sich der Monitor und jetzt genau die Melter-Gun. Der hat ein... Einen Schuss. Genau. Einen Schuss. Trifft. Der hat eine Stärke von acht. One Shot. Ja. Wenn ich den jetzt nicht stehe mit einer Vier, dann ist einer sofort tot. Hier Kippel. Vier. Habe ich gestanden. Okay. Dann machen wir jetzt den Nahkampf hinterher. Fünf Attacken. Genau. Fünf Attacken. Zwei, drei. Zwei, vier. Fünf. Der hat eine Weaponskill von sechs. Trafen alle. Verrundet auf die zwei. Der hat Solarate Power Gauntlet. Stärke zehn. Ist doch... Einer nicht. Vier Stück. Mili Unwildly. Das sind drei tote Thermis. Himalaya. Wasch. Schönen. Oder zwei, weil du einen schon... Die haben Instant Death, weil du mehr als doppelt so viel stärker hast als ich. Das ist krass. Und jetzt dürfen deine restlichen Thermis noch zuschlagen. Ja, ich muss mal... Und meine auch. Ich muss mal... Ich muss mal gerade gucken, ob wir hier die... Da muss ich tatsächlich sagen, du nutzt ja die App. Oder ich nehme... Du nimmst Battlescribe und ich habe Forces. Ja. Und da ist... Force ist tatsächlich echt besser. Ja. Solarate Force. Ach, die haben ja auch eine Stärke von zehn. Die haben alle die gleiche Faust. Stimmt. Und da war ja was. So. Jeder von denen hat zwei Attacken. Das heißt, es attackieren... Eins, zwei, drei, vier. Vier. Vier mal drei. Das sind zwölf. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf. Treffen auf die vier. Treffen auf die vier? Ja, die haben das gleiche Kampf geschickt. Alexis Pollux hat ja mehr. Ja. Wow, das ist echt nicht gut. Oh, der war aber... Das ist aber gar nicht so schlecht. Und die jetzt bitte auf die zwei. Oh. Ei. Oh, das sind... Zwei, vier, sechs, sieben. Oh. Sieben Rettungswürfe. Es sind drei, vier Tote. Wow. Wo die hinschlagen da? Zwei. Vier. Jetzt dürfen meine Jungs noch zurückschlagen. Das sind noch drei. Ne, die vier dürfen ja im gleichen Moment zuschlagen. Also sieben Stück dürfen noch zuschlagen. Mal gucken, ob es das jetzt zurückgeht. Zwei Attacken haben die, ne? Genau, dann sind das 14 Attacken. Aber ich habe jetzt einen Rettungswurf von drei plus. Du hast einen von drei plus, ganz genau. Sehr gut. Das macht ihr natürlich echt. Ich treffe die vier. Oh, das war schon mal sehr gut. Und ich verwunde dich auf die zwei. Das sind sechs Stück in den Rettungswurf. Sechs mal drei plus. Alle. Ah. Okay. Alle. Wow. Das war Glück. Ja, Pinning-Test. Ich habe den Nachkampf gewonnen. Ich bin nicht gepinnt. Ich habe den Nachkampf gewonnen. Aber meine ziehen sich jetzt raus dann. Okay. Ach so, ja. Entschuldigung. Gucken wir mal so, dass ihr auch was sehen könnt. Genau. So. Kann ich jetzt noch nachsetzen und nachtreten? Nee. Wow. Wenn Hoos jetzt im Nachkampf geht. Oh, das ist ein schönes Duell. Ah, Alexis Pollux mit seinen Katar... Ah, die Terminatoren. Also beim letzten Mal hast du mir die Terminatoren auch komplett rausgewischt, ne? Wo ich den Fünfer-Trop hatte. Das war richtig brutal. Wer zuerst zuschlägt, ne? Ja. War halt zuerst. Nächsten Nachkampf. Ähm. Es geht weiter hier mit dem Contemptor. Gegen den Dewi. Jung. Contemptor gegen den Dewi. Ich meine, der hat vier Attacken jetzt im Charge. Ähm. Vielleicht findest du ihn eher? Willst du auch mal schauen? Ich schaue. Contemptor Dreadnought. Der hat grundsätzlich drei Attacken. Genau. Sag ich doch. Das heißt, viere. Vier Attacken. Der hat seine Gravis-Power-Fist, die ja auch gar nicht so schlecht ist. Mhm. Trifft alles? Nee, trifft er nicht. Vieren. Also zwei. Und wundet... Gar nicht. Einmal. Ach nee, doch einmal. Ähm. Nee, geht durch. Mach zwei Schaden, ne? Geht durch. Gen... Mealy Brutal drei. Drei. Uh. Drei Schaden. Aber jetzt kommst du ja zurück. Und jetzt gibt es einmal... Vier Attacken. Ich treffe jetzt auf die... Vier. Einen. Verwundet. Fünfer Retter. Nee, mach drei Schaden. Okay. Gleiches mit Gleichem. Der hat Wunden. Sechs. Einen hat er schon. Wo ist denn der? Der hatte doch schon... Ach nee, das war der andere. Das war der andere. Dreier hat er. Okay. Und meiner hat sieben, glaube ich. Hat einen Lebenspunkt mehr. Okay. Genau. Dann habe ich einmal... Den Prätor in den Dreadnought. Exakt. Der hat fünf Attacken. Das kann ich dir schon sagen. Mit der Paragon-Klingel. Den Prätor. Ich gucke gerade nur. Ach so, Fafnir Ren. Der Prätor. Das Schwert. Ist das einfach nur... Paragon-Blade. Ach so, ich habe den... Hier ist er falsch drin. Hier ist er mit dem Kettenschwert drin. Scheiße. Paragon-Blade. Zwei, vier, fünf. Wir machen das jetzt einfach so aus dem Gedächtnis raus. So was wir schon das Richtige sagen. Auf die zwei. Und mit Stärke sieben auf die vier. Naja, mein zwei. Ja, du hast eine fünf Plus dabei gehabt. Ja. Das ist ein Murder Strike. Das heißt, den muss ich zuerst versuchen, weil wenn der durchgeht, ist sofort finito. Cool. Der geht durch. Fünf Plus, explodiert er? Nein. Boom. Hm. Oh, jetzt noch hier das schöne Fafnir Ren-Duell mit den Templer-Brüdern gegen den Sikeren. Erst Fafnir Ren. Genau. Fafnir Ren. Jetzt mache ich wieder Single Axe oder... Du musst so viel Stärke wie möglich mitbringen. Ich wollte gerade sagen. Ich nehme Single Axe. Ich habe eine Stärke von vier. Ich nehme Single Axe, also plus zwei auf sechs. Dann kommst du nicht durch. Auf sechs komme ich nicht durch? Nein, der 13. Auf rund. Melee, Shieldmaster, Special Weapon, Mastercrafted. Nein. Pistole? Nein, dann kommt er nicht durch. Dann musst du mit der E-Faust direkt zuschlagen. Okay, dann habe ich nur diesen einen mit der E-Faust. Ich habe die Werte nicht im Kopf. Drei Attacken, wie die üblichen Templer, weil du gechartert bist. Der Sergeant, dann vier. Dann vier sogar, ja, stimmt. Vier. Die Werte? Hast du im Kopf? Äh, mit? E-Faust? Äh, ja, stärker. Huch. Acht. Ja, der ist schon ziemlich cool. AP2. Okay. Triffst du auf E3, jawohl. Alle? Und woundest auf die... Ne, jetzt mit D6 immer on top, genau. Alle rüffeln. Der ist nichts. Das ist zwölf, elf und die sind auch nix. Schade. Okay. Der Levi. Oh. Fünf Attacken. Mit nichts? Mit nichts. Der hat stärker acht einfach. Okay. Trifft dreimal, viermal. Verwundet auf drei. Ja. Und dreimal auf den Safe. Einer geht durch. Hm. Willst du gewaisen? Ja, gewollt gewaisen. Genau. Die haben riesige Basis dafür, dass die eigentlich... Ja. Das sind schlechtere Dreadnoughts, muss man wirklich so sagen. Ja, absolut. Aber kosten noch weniger, ne? Ne. Kosten mehr Punkte. Teilweise. Ach. Das war's. Okay, das war's. Genau. Dann einmal hier gucken, weil ich hab den Nahkampf verloren. Sieben steht. Hier musst du noch einen Nahkampf machen. Jau. Der andere Prätor mit seiner Axt. Der kommt gar nicht durch, glaube ich, mit Stärke fünf. Der hat elf. Ah, doch. Mit einer sechs kommst du durch. Ja, wie viele Attacken hat denn der? Fünf. Der fünf. Komm, dann mach ich das mal. Zwei, vier, fünf. Trifft. Alle bis auf... Ein, genau. Und auf sechsen. Eine. Einer geht durch. Dann hab ich eine Wunde gelitten. Guck mal. Der hat drei. Der Panzer. Okay. Weißen Würfel? Jupp. Da kommt er. Dann sieben. Da passiert auch nix. Liegt doch auf. Er war nicht drauf. Der fällt drin. Oh. Der fällt. Der fällt. Ja. So. Schön. Ähm. Genau. Dann die Terminatoren da oben. Ne, passiert nix mit sieben. Da haben wir gleich viel Schaden gemacht. Da oben hast du gar keinen Schaden gemacht. Das war deine Runde. Ne, ich seh. Meine Runde. Wir sehen uns nach der Bewegung. Okay. Bewegungsphase durch. Was hast du gemacht? Ich hab mich hier ein bisschen rausbewegt aus den Nahkämpfen. Ich hab da oben mich rausgezogen aus dem Nahkampf. Da hab ich die Terminatoren umzingelt und Horus ist jetzt in die Nahkampfstellung gegangen quasi. Und ich würde sagen, wir beginnen mit Beschuss. Ich fange hier oben an, in den Präter reinzuschießen mit den Roterkanonen. Das sind 20 Schuss. Ich kann ja erstmal suchen. Dann habt ihr ja noch so ein bisschen Bild hier zusammen. 3, 6, 9, 12, 14, 20. Die treffen dich auf 3. Ja, das trifft jetzt alles. Und verbunden dich auf 5. Das sind 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Da hab ich hier 5 umgedreht eben. 2er Save. Einer geht durch. Sehr schön. Pinning-Test bitte. Ne. Aber einen Lebenspunkt verloren. Wie viele hat denn so ein Präter eigentlich? 5? 5 glaube ich, ja. Der Predator hier schießt mit den beiden schweren Boltern hier oben in den Trupp und mit dem Melter in den Präter rein. Erstmal der Melter. 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 Melter der Schrecklinge. Trifft 3 Mal. Verwundet auf 2. 3 Stück, die du jetzt dringend mit dem 4er Retter stehen musst. Oder er ist instant tot. Ja, schade eigentlich. Boom. Das heißt Preto Adele. Ja. Der hat viel Musik gemacht, hab ich gehört. Der hat... Der Preto Adele. Der kann gut singen. Ich meine, I'm sorry. Schlechte Unterhaltung, dafür sind wir bekannt. Die schweren Bolter da oben rein. Oh, sind... 6 Stück. Auf 3? Ja. 2 Tote. Pinning Test bitte. Ja. Ne. Okay, dann... Der Predator hier. Alles in dem Präter vor sich. Erstmal das Predator geschützt. Das hatte mal nicht viel Schuss, genau. Trifft 3 Mal. Auf 2. Sind 2 Wunden mit... Solltest du stehen. Tod. War stärker 8. Und schon wieder Predator Adele. Genau. Schade. Dann hier die Pistolen... Hier die Pistolen alle da rein. Das sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Marines. So langsam räumst du tatsächlich jetzt ab. Wow, da treffen 2. 1 Verwundung. 1 Verwundung. Steht. 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 Dann da oben, also da, fange ich erstmal an mit Horus. Der hat 3 Schuss mit seiner Talon. Okay. Trifft. Verwundung auf 3. Sind 2. Eine Wunde. Dann machen wir da gleich weiter mit dem Justerian Trupp. Mit den Bainserac Boltern. Das sind noch 4 Jungs, nicht wahr? 5? 5. Der hat mich nicht bewegt, der stand da so komisch. Das sind 5 Jungs, das sind A, 2 Schuss, das sind 10 Schuss. Das waren hier 7. 10. Also um es nochmal zu verdeutlichen, quasi hier so. Genau. 10 Schuss auf die 3. Oh Gott. Und auf die 3. Dann einer. Uh, weiter. Steht. Okay. Dann 3 Terminatoren da oben, die das gleiche machen. Das sind 6 Schuss. Oh, hier war auch nur 2. 2 Stück. Jo. Und wir haben 10 Space Marines. Erstmal der Chef wieder mit seiner Bombe, also der Psyoniker wieder. Ja. Für, das sind jetzt noch, ich würde die, die halt einmal oben drauf liegen, sodass möglichst viel getroffen werden. Genau. Habe ich schon. Achso. Ähm. Dann werden wie viel getroffen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und einer doppelt, weil die Scheibe drauf liegt, die Mitte drauf liegt. Dann sind das 9 Treffer. 4, 4, 4, 8, 9. Sind 6 Runden. Kann ich hier abwürfeln? Ja. Mit normalen Save? Ja. Oh, komm. Das ist auch, guck dir das mal an. Ja. Alter, jetzt mal. Wow. 5 Sechsen und eine 5. Ja. Das habe ich noch nie geschafft. Also wirklich, das ist ja fast so ein Knüffel. Mit einem Wurf. Ja, schon. 4, 8, 9. Plus 15 sind 14. Plus 26 sind 20. 20 Schuss Bolter in die Terminatoren rein von den Marines. Oh, der war gut. Bei der Waffe, die am egalsten ist. Schön. Und 4. Ich würfel erstmal die. Ich hätte hier nur noch den einen, der abhauen wollte. Ja. Der hat auch keinen Bock gehabt. Nee. Oh, der war sehr gut. Alter Schwede. Das sind 2, 4, 6, 8, 9. Noch einmal eine 2. Oh. Einer tot. Und einer verwundet. Und einer verwundet. So, hier. Das Mützken kannst du wieder wegnehmen. Nehme ich einfach den hier weg. Schade. Okay. Ich glaube, das war der ganze... Nee, da oben. Die Panzer dürfen noch. Der Spartan schießt alles, was er hat, in die Marines vor dir. Seine Schnäppschots? Nee, der Spartan. Ach, der Spartan. Entschuldigung. Der Spartan. Ich mache das. Ich mache das. Schuss. Ist der auch Twinlink? Ja. Ich glaube schon. Ich gucke noch mal. Nee. Ich gucke noch mal. Ich gucke noch nicht. Nee? Okay, dann nehme ich einen raus. Dann sind es zwei Wunden. Nehme ich einen zurück. Zwei. Ja. 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 Sind zwei tot. Dann nehme ich doch zufällig gleich diese beiden. Ja. Herren. So, das ist die Karen. Alle sind Fafniran. Der schießt jetzt keine Snapshots, weil das Ding ist weg. Die Crews nicht mehr schicken. Soll ich? Achso, nee. Jetzt nur eins. Achso. Ja, ja, ja. Verstehe, verstehe. Acht Schuss auf die drei. Ja. Ja. Die ist Twinlinked. Ist egal. Und auf die zwei. Das sind alle. Alle. Sieben Stück. Achso, halt. Nee, war keine sechs dabei. Nee. Oh. Das sind vier Wunden. Dann ist er wahrscheinlich schon tot. Da muss ich tatsächlich einmal nachschauen, wie viele Lebenspunkte der hat. Fafniran, der hat Wounds, drei. Dann ist er tot. Dann ist er einmal. Oh, wow. Und so schnell fliegt hier ein Charakter nach dem anderen vom Feld. Ja, krass. Der letzte Mujaner hier ist noch Alexis Pollux. Gleich nicht mehr. Wir werden es sehen. Es gibt jetzt, hau drauf wie nix kommt. Chargeface. Komm schon, was geht. Chargeface. Die. Die gehen in die rein. Die wollen hier rein. Mit einer neun schaffen sie das. Auf jeden Fall. Und damit habe ich dich umzingelt. Das heißt, sobald dein Pinningtest fehlschlägt, bist du sowieso tot. Wenn da noch was lebt. Ja. Dann. Da oben Horus und die Justeran in die Terminatoren rein. Da würfelst du noch. Eine fünf. Ja. Dürfte ich als Reaktion zuerst zuschlagen. Das ist nur so ein eigenes Ding von der. Das haben die Blood Angels. Sons of Horus. Dann die taktischen Marines hinterher. Mit einer sechs. Schaffen die das? Genau. Mach mal. Viele rein da, wie geht. Ja. Ja. Levy? Ist er schon drin? Ah ne. Ne, genau. Der hat sich nicht getrennt. Wir haben gleich viel Schaden gemacht. Ach ja, okay. Genau, genau. Genau. Das heißt, wir würden jetzt mit den Nahkämpfen beginnen. Komm schon. Den nehmen wir zuerst oder zum Schluss? Ja, also ich war, ich weiß nicht, also ich hätte jetzt schon Bock drauf. Okay, dann machen wir das. Das ist so, dass jetzt kommt das Highlight, wo wir die ganze Zeit darauf gewartet haben. Die Frage ist, möchte ich eine Herausforderung aussprechen, dass Alexis Pollux direkt über den Jordan geschickt wird? Oder nicht? Das obliegt dem Erstgeborenen. Ich schlage... Dann kommst du hier rum, dann können wir auch hier würfeln. Ja. Ähm, ich schlage natürlich mit Worldbreaker zu. Ich muss nur gerade mal gucken. Ne, Sekunde. Äh, ich muss nur gerade mal gucken in meinem Buch hier, weil ich sehe gerade, er zeigt mir nicht die Attackenanzahlenforces an. Aber ich meine, Horus hat fünf. Ich spreche mit Horus eine Herausforderung an Alexis Pollux aus. Weil Horus will seinen Widersacher gerne töten. Ich habe nochmal nachgeschaut. Horus hat sieben Attacken im Charge. Trifft auf die zwei und ich darf auf zwei die vermissflungenen Einsen wiederholen. Okay. Oh, warte. Dann müssen wir ein bisschen hier. Genau. Ja, einer trifft nicht. Oh. Und die restlichen verwunden dich auf zwei mit Stärke zehn. Alle. Alle? Das sind sechs Stück. Auf mein Dreier. Oh. Einer geht durch. Ein einziger. Oh, das wäre richtig schade. Ciao, Alexis. Du warst so schön. Also das Modell selber, naja, geht so, ne? Ist eines der ersten gewesen, glaube ich. Ist halt auch so gesehen, aber naja. Okay. Okay. Weiter geht's. Weiter geht's. Im Kontext. Also wir haben das Gebäude hier so ein bisschen verschoben. Ja, ja. Weil der Ding so würfelt. Die Just Terran Terminatoren dürfen noch zwei Stück. Die haben jeweils vier. Weil besser. Treffen auf die drei. Sind die auch schneller, weil sie rot sind? Ja. Und verwunden dich auf drei bei Stärke fünf. Sind vier Stück. In drei. Oh. Der skittert nach rechts. Ach. Eine Wunde. Dann ist einer weg. Weil der hatte hier noch. Okay. Dann machen wir bitte einen Pinning-Test. Das wäre sehr schade, wenn die... Weil du kannst jetzt nicht zurückweichen. Wenn du den verkackst, ist die einer weg. Ja. Tschüss. Das kann doch jetzt nicht ernst sein, oder? Da stehen noch zwei, vier, sechs Terminatoren, die richtig zuschlagen können. Wobei, nee, stimmt ja gar nicht. Du hast sechs Zoll-Bewegung, kannst ja hier noch langlaufen. Stimmt. Du kommst noch raus. Die hauen jetzt ab? Mhm. Sechs Zoll? Ja, und jetzt... Aber das war doch... Hä? Pinning? Ich habe eine Vier. Jetzt musst du besser werden. Tot. Niedergemacht vom Primarchen. So oder so ähnlich habe ich mir nicht vorgestellt. Klatsch. Ja. Es war zu erwarten, dass da, wo Horus hinschlägt, wächst halt kein Gras mehr, ne? Mhm. Okay, nächster Nahkampf. Der Leviathan-Dreadnought in deinen Dreadnought rein. Ja. Der hat jetzt nur vier Attacken, weil ich nicht gecharged bin. Vier? Nee, der hat fünf Standard. Genau, deine hatte. Ist richtig, ne? Ich habe ihn hier. Leviathan-Dreadnought. Leviathan? Was ist er denn hier? Leviathan. Elite. Da ist er. Der hat... Nee, vier Attacken ist richtig. Auf die... Zwei... Äh, auf die drei. Drei Stück. Drei Stück. Die sollte ich stehen, oder? Die solltest du stehen, weil die machen jeweils drei Schaden. Ja. Einer nicht? Zwei nicht. Ach ja. Dann sind sechs Schaden und ist er weg. Explodiert er? Explodiert er auf fünf Plus. Ach so, ja. Guck mal. Guck mal mal. Okay. Nein. Okay. Klatsch. Das heißt, auch hier... Auf Wiedersehen. Nächster Nahkampf hier. Da fange ich natürlich mit dem Präter an. Der hat fünf Attacken. Trifft auf die drei. Nee, auf die zwei im Vergleich zu denen. Vier Stück. Und verwundet dich auf drei. Sind drei tote Marines. Bei Durchschlag drei. Ähm... Da sind immerhin noch zwei über. Einer legt sich schon hin. Genau. Dann schlägt jetzt der Rest zusammen zu. Darfst du gleich noch zurückschlagen. Erstmal der Chef. Der hat drei Attacken jetzt mit dem Charge. Trifft dreimal. Verwundet dreimal. Und ich stehe den dreimal. Ja. Ja. Und dann haben wir ein, zwei, drei, vier, fünf nochmal. Das sind zehn Attacken. Sind drei. Drei. Genau zwei. Warte mal. Stopp. Ich habe falsch gewürfelt eben. Ich hätte dich ja gar nicht auf die drei getroffen. Nee, ich habe auf vier getroffen. Alles gut. Ja. Das heißt, auch die sind gone. Mhm. Somit bist du schon im Inner Circle. Ja. Viel steht nicht mehr von dir. Und das war die Runde. Ja, ich würde sagen, die Tendenz ist absehbar. Ja, nächste Runde ist das hier alles. Muß. Ich wollte gerade sagen. Also ein... Ich glaube, wir können jetzt einfach mal festhalten. Das können wir auch mit der fliegenden Kamera gleich nochmal so ein bisschen. Oh, die fliegende Kamera. Die fliegende, der fliegende Holländer. Gucken wir doch einmal, wie steht es denn hier so? Tatsächlich. Wir haben quasi aus der Umzingelung heraus zwei Fahrzeuge stehen. Zwei Prädatoren. Prädatoren. Sag ich doch. Zwei Prädatoren. Prädikat. Der Leviathan, der ist echt hart im Nehmen. Den kriege ich nicht tot. Ganz ehrlich. Das ist der Wahnsinn. Mit einem Zweier-Safe auch. Der Rhino hält auch richtig gut durch. Ja. Alles, was er bisher abbekommen hat, hat er getankt. Die Fahrzeuge hast du ein bisschen schlecht platziert. Aber auch hier ist jetzt nichts mehr im Weg, was blockiert. Die fahren jetzt raus und schießen, ja. Das heißt, die würden hier auch rumfahren und auch spätestens dann den Leviathan quasi einschmelzen. Ja, alles, was an Infanterie hier oben ist. Das ist immer alles schön anzusehen. Das sieht total super aus, wenn du diese ganze Infanterie hier siehst. Aber die bringen einfach leider nichts. Dieses Massenspielen, was cool aussieht, ist leider schade. Dann dein Levi hat auch richtig gut performt. Ja, der geht gleich nach oben rein. Und hier unten und hinten, hier unten, blöd gelaufen. Aber auch die würden ja dann in die Richtung strömen und somit denke ich, Spiel gelaufen. Aber ich bin tatsächlich nicht ganz kampflos rausgegangen. Also in der nächsten Runde tatsächlich. Ich würde jetzt, nur so von der Theorie her, mit dem Leviathan nochmal schießen. Vielleicht nochmal einen von denen rausnehmen. Beide rausnehmen wahrscheinlich. Mit dem Meltan. Ja. Hier habe ich nur noch die Weichenziele da hinten. Quasi, dass man da hinten nochmal die mit der Rotokanone nochmal beschießen könnte. Ja. Alles andere würde ich nicht knacken. Und von daher ist das Ding gelaufen mit einem sehr guten und sehr klaren Sieg für die fluff angelehnte Abwicklung dieser Tragödie. Ja. Richtig schönes Ding. Schönes Ding. Wir sehen uns nochmal im Fazit. Ich würde sagen, bis dahin. Bis gleich. So. Spiel gelaufen. Das letzte Spiel der Horos-Nerosie für uns erstmal. Sollte nicht heißen, dass wir es irgendwann nicht nochmal spielen, aber erstmal in nächster Zeit nicht. Wie war es? Schön. Mir hat es richtig gut gefallen. Mir ist dabei ja völlig egal, ob ich gewinne oder verliere. Es ist kein kompetitiver Kram. Es ist einfach nur so ein bisschen fluff angelehnt. Gucken, was kann ich rausholen, wie, wo, was. Und das fand ich mega. Ist total krass, wie so ein Horos performt. Und es ist sehr, sehr cool, was so ein Alexis Pollux, der ja punktetechnisch wesentlich drunter ist, was der schon dagegen halten kann. Und wenn man dann auf hohem Niveau kämpft, ist es schon heftig. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, weil ja auch fluff angelehnt immer viele, viele, viele Space Marines unterwegs sind. Es ist total cool, es sieht mega geil aus auf dem Feld, aber die haben so oft einfach so überhaupt keine Wirkung. Also das heißt, Standardtruppen mitzunehmen oder nicht, das bringt einen oft gar nicht weiter. Es kommt darauf an, je nachdem, welche Missionen man spielt. Also die mit Mission-Ziemarkern, da sind die cool. Ja, okay, dann, klar, da musst du natürlich punkten. Aber einfach, dass du sagst, weißt du was, ich kann mit meinem Bolter überhaupt nichts ausrichten. Also ob ich da drauf schieße oder nicht, das ist schon wieder gut angelehnt, weil mit einem Bolter schießt halt nicht auf dem Panzer. Aber ja, dann nimmst du die mit, dann stehen die rum, die sehen gut aus, aber können halt nicht viel ausrichten. Ja, genau. Wie war es für dich? Cool, also es war ein Riesenspiel. Ich fand, die Platte war exorbitant gut, die wir aufgebaut haben, die hat mir sehr gut gefallen. Mit einer Ausnahme, wir hätten uns irgendwo einen kleinen Platz schaffen sollen, wo wir würfeln. Also sich mit einem großen, ein großer Platz irgendwie vor der Kathedrale hier. Genau. Aber egal. Ja, ist cool. Aber wir hatten eben schon Off-Camp drüber gesprochen. Würde ich mir ein Primarchen kaufen? Ich glaube nicht für den Preis, weil wann spielt man den mal? Also ich sage mal, in der Regel bei 3000 Punkte spielen. Aber wann spielen wir mal 3000 Punkte? Ich glaube, also es wird ja jetzt, das war jetzt quasi erstmal der letzte Battle Report, wir werden dann ja noch einen Podcast aufnehmen zu dem Thema, wo wir auch nochmal unser Fazit ziehen und auch lohnt sich das, ja oder nein, ist sinnvoll, unsinnig oder nur was für die Vitrine. Da kommen wir dann nochmal, ich sage mal, im Detail drauf, Vorteile, Nachteile. Ja. Das mag ja auch jeder für sich individuell bewerten. Aber ja, für ein Jahr Horus-Heresi können wir da auf jeden Fall für uns jetzt ein schönes Fazit ziehen. Ja. Aber sonst, das Spiel hier, wie gesagt, das war richtig was für das Auge, das hat echt Spaß gemacht. Ja, muss ich auch sagen, das hat großen Spaß gemacht. Und es ist auch, glaube ich, von der Länge her relativ lang für zwei Runden. Ich vermute mal, wir haben so drei Stunden gespielt, vier. Ja, schauen wir mal. Hast du noch irgendwas oder wollen wir den Leuten Mantel und Hut reichen? Nee, genau. Ich würde sagen, das war es von uns. Wie gesagt, vorerst der erste. Letzte. Letzte. Vorerst der letzte Battle Report von der Horus-Heresi. Wir schauen mal, was weitergeht. Wir haben genug Pläne. Ach so, das können wir ja schon mal sagen. In der Schublade. Ja, Pläne. Wir hatten ja schon angekündigt, womit es weitergehen wird in absehbarer Zeit. Oder quasi absehbarer Zeit. Steht los. Nämlich mit Blood Bowl. Ah, ja. Auch. Unter anderem. Unter anderem. Warcry, Blood Bowl. Jau. Schauen wir mal. Und natürlich die neunte Edition 40k. Logischerweise. Äh, die zehnte Edition. Entschuldigung. Ja, also heute ist. Ja, heute ist der Wurm drin. Und Geschicklichkeitstag. Ja. Okay, dann wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch gerne ein Like da. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Fast hätte ich gesagt, wenn ihr kein Horus-Heresi-Content mehr verpassen wollt. Aber, well. Dafür haben wir eine Playlist. Genau. Und, ja, erzählt euren Schwiegermüttern, dass das Imperium gefallen ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns oder hören uns demnächst wieder. Ciao, ciao. Ciao.